Witziger Schlagabtausch bei Blakely Willi Reihen im Netz Blakely Willi, 35, und Reihen Reynolds, 46, necken sich. Der Schauspieler teilte in den sozialen Netzwerken einen Schnappschuss. Auf dem er und seine Frau mit Sente Klaus und MRS Klaus posieren. Auf dem Foto erkennt man vor allem eines, den dicken Babybauch der Gossip Girl Darstellerin. Denn das Paar erwartet derzeit Kind Nummer 4. Weil Reihen die Füße der Schwangeren abgeschnitten hatte. Lieferten die beiden sich jetzt einen witzigen Schlagabtausch. Nachdem der Hollywood-Star auf Instagram das Bild veröffentlicht hatte, reagierte seine Liebste darauf prompt mit den Worten, meine Schuhe sowie einem genöfften Emoji. Als Reaktion auf ihren Kommentar lud ihr Mann das Foto nochmals in seiner Story hoch und kommentierte, ich habe die Schuhe meiner Frau auf dem Foto. Das ich geteilt habe, abgeschnitten, begann er zu erklären und fuhr fort, das ist inakzeptabel und ich entschuldige mich bei jedem, den ich mit diesem kleinen Scherz verärgert habe. Der 46-Jährige teilte ironisch mit. Er wolle sich auf den Weg ins Krankenhaus begeben, um sein Gehirn untersuchen zu lassen. Die Fans fanden den Schlagabtausch des Paares scheinbar amüsant. Unzählige Menschen reagierten auf Plarkes Kommentar. Es tut mir leid, dass Ryan deine Schuhe abgeschnitten hat, schrieb ein User. Während ein weiterer anmerkte, wenigstens hast du noch die Socken an. Anführungszeichen.